Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist euer Zocker Andi. Wir spielen heute das Time-Management-Spiel. So, wir haben ein Peer hier. Da brauchen wir dieses Peer hier. Gut, fangen wir mal an mit Ressourcen. Beziehungsweise ich nehme das hier natürlich. Wir müssen sieben Leute retten. Zwei, vier, sechs. Okay, da ist noch irgendwo einer. Oh, hier gibt's Benzin, sehe ich gerade. So, jetzt haben wir das Boot. Ah, das kostet Benzin, dass wir den retten. Alles klar, alles klar, alles klar. Gut, dann werden wir mal Stoff geben hier. Wow, viel Money. Gas Station, okay. Wir brauchen Essen. Ja, wo kriege ich jetzt Essen her? Ich glaube, ich hätte vorher das hier nehmen sollen. Ein wenig an Essen. Das war, oder wir kriegen genug, wir können es machen. Jawohl. Ähm, der setzt ein Essen hier hin, aber der produziert auch so. Also, das haut hin. So, Gas Station, Essen, zack, kommt. Das können wir alles nehmen hier. So, das, das. Wir brauchen noch eine Gas Station. Dazu brauchen wir aber Holz auch. So, Holz ist hier drüben. Kohle brauchen wir auch. Haben wir noch nicht. Gut, dann werden wir ein Haus machen, dass wir Geld kriegen. Ja, jetzt wird's schon ein bisschen schwieriger, Leute. Inzwischen können wir den retten. Den retten. So, zack, zack. Ja, da brauchen wir noch Moos. So. Ja, die Z läuft uns davon. Und zwar so richtig. Das kann man, das kann man, das kann man nicht. Hm, Phil, 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 wo ist Phil? Das da ist Gas, Phil, genau. Da baue ich wieder Holz. Okay. Habe ich genug jetzt? Jawohl. So, hier ist Gas. Gas. Kohle haben wir noch. Kannst inzwischen den retten. Gas. Wir brauchen Moos. Das kann man weg. Das kann man holen. Und den retten. So, nimm das. Das letzte brauchen wir vielleicht gar nicht. Das könnte sich ausgehen. Ah, ne, knapp. Oder? Jawohl. 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 Es geht sich aus. Ja. Wir kriegen wahrscheinlich drei Sterne. Den da hinten brauchen wir gar nicht. Nice, Swan. So. Es dauert ein bisschen, bis der den reinzieht hier. Ich nehme mal die Ressourcen hier. Und wir haben's doch noch geschafft. Drei Sterne. Nice, Swan. Und wir gehen gleich weiter zum Level 6. So, wo fangen wir an? Äh, hier. Okay. Ähm. Ja. Wir können hier für Benzin Holz holen. Machen wir mal. Wir brauchen nämlich Holz. Äh, was kann ich jetzt machen? Wir brauchen Geld. Wir brauchen Holz. Mehr Holz. Mehr Holz. Mehr Holz. Mehr Holz. Das kann ich auch nicht machen. 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 Es geht um die Zeit. Wir müssen auch Tiere retten, wie ihr seht hier. So, was bauen wir jetzt? Wir brauchen... Was braucht man? Holz. Das heißt, ich brauche hier Benzin. Das kann ich auch nicht bauen. Hä? Leute, check ich gerade nicht. Wie kommen wir hier vorwärts? Das ist ein bisschen blöd. Gut. Ähm, ich glaube, wir haben blöd angefangen, Leute. Hm, den Level müssen wir restarten. We play Level. Denn wir müssen zuerst das hier, glaube ich, weg. Auf der anderen Seite, da kriege ich auch kein Holz. Hä? Okay, nee, das stimmt schon. Wir müssen so anfangen. Aber wie komme ich jetzt hier hin? So, jetzt komme ich hier hin. Jetzt haut es hin, Leute. Den Stein hätten wir in Ruhe lassen sollen. Beziehungsweise, irgendwas habe ich hier falsch gemacht. So, was brauchen wir jetzt? Benzin. Dafür brauchen wir Holz. Ähm, was fehlt mir hier? Holz. Und hier fehlt mir Geld. Das heißt, wir nehmen das hier, dann kriegen wir Geld. Und hier kriegen wir wieder Benzin. So haut es hin. Jetzt haben wir es richtig, Leute. Ah, ist ein bisschen kompliziert schon. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, das muss weg. Oh, fällt noch jemand. Na, es geht sich aus. Jawohl. So, jetzt können wir das hier abräumen gleich. Komm, komm, komm. Zack, zack, zack. Nehm das. Und hier kriegen wir Holz jetzt. Das können wir weg. Aber dazu brauche ich nur Kohle. Das hier wäre auch nicht mal schlecht. Aber da brauchen wir noch einiges. Wir können das hier reparieren. Dann kriegen wir Gas. Also Benzin. Ja, es ist strategisch wirklich ein interessantes Game. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. So, gib mal her. Jawohl. So, jetzt holst du das Holz hier. Ähm. Ja, wie viel kriege ich da? Warte mal, Leute. Das kann ich machen. Dann kriegen wir Holz auf jeden Fall. Hier brauchen wir nur ein bisschen. Ja. Holz fehlt nur. Das haben wir jetzt hier. Jawohl. Hammer. So, rüber da jetzt. Rüber da jetzt. Leute, rüber da. Benzin. Hier gibt es 40 gleich. So. Nimm das. Nimm das. Jawohl. Jawohl. So, du kannst Holz holen. Wir sollen die Katze retten. So, Essen haben wir genug. Holzkohle. Wir brauchen auf jeden Fall. Das ist eine gute Frage. Wir nehmen mal das hier für Geld. Geld ist sicher wichtig hier. Sonst kommen wir nicht vorwärts. Benzin haben wir ja. Ja, ist fragwürdig, ob wir die drei Sterne erreichen, aber ich hoffe doch. Wir können das hier weg, dann können wir die beiden retten. Wie sieht es aus mit Benzin? Haben wir nicht genug. Aber gleich. So. Jawohl. Geht sich aus. So, jetzt geben wir den Stein hier weg. Dann komme ich wieder zu Benzin. Wir brauchen Kohle. Moos. Moos, Moos, Moos. Jawohl. Die Katze müssen wir retten. Da. Die muss man extra anklicken. Die Leute gehen freiwillig, wenn man sie retten will. So, jetzt nehmt mal hier die Moni. Alles klar hier. Das bitte. Wir brauchen Kohle wieder. Geht sie nicht ganz aus. Moos brauchen wir. Hammer. Jawohl. Hier kriege ich Benzin. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Das heißt, ich werde das hier nehmen. Essen haben wir genug. Wow. So, hier kriege ich 20. Hier ist Moos. So, hier kriegen wir auch noch was. Du nimmst das hier. Und wir brauchen Kohle. Hier ist noch ein bisschen Moos. Hammer. Jawohl. Benzin brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Aber das geht sich alles aus. Wir müssen nur mehr da durch. Aber wir kriegen nur mehr zwei Sternchen. Aber ist ja okay. Geschafft haben wir es trotzdem. So, wir müssen mal noch. Wir müssen mal noch ein bisschen abstauben hier noch. Und hier auch noch abstauben. So, das Viecherl da noch. Und wir haben alles. Wir haben alle gerettet. Und wir kriegen zwei Sterne, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tog Andi. Let's Play. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017